Las Vegas ist um eine Attraktion reicher. Eine riesige Kugel, 157 Meter hoch, 112 Meter breit, mit der größten LED-Leinwand der Welt. Willkommen im The Sphere. Offiziell ist die Kugel noch nicht im Betrieb. Bilder eines ersten Tests begeistern aber jetzt schon im Netz. The Sphere ist eine Event-Location der besonderen Art und das von innen und von außen, wie diese Bilder beweisen. Denn die Außenhülle besteht aus 1,2 Millionen LEDs. Und die leuchten pünktlich zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli schon mal in den schönsten Farben, beziehungsweise den schönsten Bildern. Und auch im Inneren von The Sphere soll geklotzt und nicht gekleckert werden. Mit 16 Kabel-Bildschirmen, einem Audiosystem bestehend aus 164.000 Lautsprechern, Sitzplätzen, die Effekte wie Kälte und Wind zulassen und Platz für mal eben 23.000 Zuschauer.